Hallo! In dieser Woche wollen wir euch zwei schwarz-weiße Katzen vorstellen. Beide sind etwa fünf Monate alt und suchen jetzt ein neues Zuhause. Die beiden Katzen sind ein bisschen unterschiedlich. Die eine ist verspielt und nicht mehr ganz so scheu. Hier rechts die Katze ist nur etwas scheu und braucht länger um die Menschen kennenzulernen. Beide Katzen sind geschippt und geimpft. Eine Kastration müsste noch gemacht werden. Wer die beiden bei sich aufnimmt, kann sie sowohl als Wohnungskatzen halten oder ihnen auch Freigang gewähren. Das müsste man dann spontan entscheiden.